Ah, 4 Müll, das ist jetzt hier auch nicht so der Hit. Da vorne auch nochmal Müll. Müll, das können wir nochmal später dann brauchen. Da können wir dann nämlich Plastik generieren. Was, in deiner Stadt gibt es einen großen Arbeitsrückstand. Warum das? Der Amount of Resources that needs to be transported. Ah, zu viele Ressourcen. Ah, ja, jetzt hier sehe ich es. Das Problem ist natürlich, da wir ja immer die ganze Zeit rudern, wählen uns natürlich hier die Arbeiter dann für irgendwelche Transporte. Also müssen wir da vielleicht auch immer wieder mal Pause machen oder schauen, dass wir uns vielleicht nicht doch nochmal ein paar neue Arbeiter anlachen. Das wäre vielleicht die Idee. Okay, also fahren wir jetzt doch nochmal zu den Überlebenden zurück. Da oben gibt es, glaube ich, auch nochmal welche, aber die hier existieren auch noch. Dann nehmen wir die doch mit. Die haben uns so freundlicherweise ihren Müll überlassen. Nehmen wir die doch einfach mal mit. Vier weitere Überlebenden. Perfekt, dann kann so ein bisschen Arbeit abgearbeitet werden. Das dürfte hauptsächlich natürlich hier befischt sein. Vielleicht hier nochmal die ein oder andere Ressource, aber da fehlt uns gerade eh noch was. Dann rudert ihr mal. Also das seht ihr schon. Einfach bis in die Ewigkeit hier alles ausbauen. Das hat wirklich seine Grenzen spätestens dann, wenn wir uns vorwärts bewegen wollen, weil uns einfach die Ruderer dann irgendwann fehlen, beziehungsweise die Ruderer dann bei anderen wichtigen Arbeiten fehlen. Das ist natürlich immer schlecht. So, der nächste Plünderer wurde gebaut und jetzt hier endlich ein Treibholzhaufen. Genau das Ding habe ich die ganze Zeit gesucht und wir müssen natürlich wieder so ein bisschen auf die Nahrung aufpassen. 21 Einwohner durch vier. Da könnten wir vielleicht schon wieder eine neue Fischhütte aufbauen. Aber wir lassen das hier vielleicht auch einfach mal ein bisschen laufen. Idealerweise wäre es natürlich, wenn wir jetzt mal ziemlich schnell auf die Bäckerei gehen, denn das Brot hat einen hohen Nährwert und sättigt. Für lange Zeit. Das wäre also wirklich sehr, sehr sinnvoll an der Stelle. Aber müssen wir einfach mal schauen. Erstmal viel wichtiger ist, glaube ich, das Bier, damit wir hier die Zufriedenheit nach oben bringen können. So, Treibholzhaufen wurde aufgebraucht. Das ist in Ordnung. Der nächste Plünderer wurde gebaut und da sehen wir jetzt hier auch nochmal. Die arbeiten permanent. Zu 70% wird es Holz, zu 30% wird es Schrott. Arbeitsrückgang haben wir jetzt hier Gott sei Dank auch. Erstmal keiner mehr. Ihr könnt das dann mal weiter abarbeiten. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir denn jetzt hier zum Beispiel für das Gewächshaus. Wir brauchen Plastik und wir brauchen Erde. Erde haben wir noch nicht. Dann schauen wir doch mal, wer sich dafür anbieten würde. Das wäre jetzt hier der Tieftaucher. Der würde Erde und Rohöl produzieren. Braucht aber 30 Äste, 20 Plastik. Also wir sollten vielleicht schon schauen, dass wir den einen oder anderen Sammler noch aufbauen. Das haben wir gleich. Ich baue jetzt hier mal eben ganz kurz links und rechts das Ganze wieder auf. Ein Sammler, zwei Sammler. So, jetzt. Perfekt. Und dann als nächstes kommt dann natürlich noch ein Recycler hin. Ganz, ganz wichtig. Und ihr habt es schon gesehen, ne? Die Stadt muss mit den entsprechenden Gebäuden immer im Kreis sein. Der entsprechenden Ressource. Wie jetzt hier oben zum Beispiel. Nein, da drüben hier der Müllhaufen. Wir sehen hier einfach einen kleinen Kreis drumherum. Und nur die Gebäude, die in diesem Kreis sind, arbeiten auch mit dieser Ressource. Also das ist ganz, ganz wichtig. Darum macht es durchaus Sinn, ja, die Gebäude auch mal so ein bisschen zu verteilen. Aber auch vielleicht mal ein bisschen wieder nah beieinander zu haben. So wie hier zum Beispiel. Da arbeiten jetzt einfach drei Stück gleichzeitig. Die hier Müllhaufen abarbeiten, Schrott abarbeiten und so weiter. Also die haben hier wirklich einiges zu tun. Und dann brauchen wir als nächstes natürlich jetzt noch den Recycler. Der produziert nämlich Plastik, Schrott und Äste aus all dem Müll, den wir hier einsammeln können. Genau. So. Du machst jetzt hier die Eigen und du machst den Müll. Ich frage mich jetzt nur gerade, wer hier den Müllhaufen... Okay, das hat sich jetzt hier leider schon erledigt. Macht aber nichts. Die Eigen, die können wir auch mal mitnehmen. Auch die können natürlich für Nahrung hergenommen werden. So. Nochmal Müll angespült. Wir brauchen aber weiterhin Holz. Zwar ganz schön viel davon, aber trotzdem kümmern wir uns erstmal vielleicht mal ganz kurz um die versungene Brauerei. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Brauerei ist wie schon beim letzten Mal oder vorletztes Mal. Macht nichts. Wir sammeln das jetzt hier einfach mal ein. Und zwar jeder, der nichts zu tun hat, ist jetzt damit beschäftigt, hier das Bier auszusammeln. Die anderen 10 hier, die sind beim Transportieren. Jetzt sind es schon wieder 13. Dann haben wir noch 9 Stück, die derzeit voll arbeiten. Aber auch das können wir durchaus beeinflussen, hier durch Gesetze natürlich. Hier bei den Prioritäten können wir auch einiges einstellen und wir können natürlich, Moment, ich muss nur kurz suchen. Overlay ist doch hier Werkzeuge, da können wir das dann auch machen, da können wir dann zum Beispiel sagen, was zerstört werden soll oder was nicht. Zum Beispiel zurücksetzen. Hebt die Auswahl des aktuellen Bauwerkzeugs auf. Dann sagen wir hier alles pausieren. Jetzt ist alles pausiert. Alles fortsetzen. Wir können aber auch hier sagen, alle... Warte mal, was für ein Gebäude haben wir denn hier? Alle Fischer. Alle Fischer sollen pausieren. Jetzt sind alle Fischer pausiert, machen nichts mehr. Also da haben wir echt nochmal so ein bisschen Einfluss einfach auf die Stadt. Was sie wie zu tun hat. Aber das, ja, wie schon anfangs erwähnt, das sieht doch noch sehr rudimentär auch in der Oberfläche aus. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Hier haben wir noch so ein kleines Log, wo wir immer schön nachlesen können, was hier so passiert. Und ich sehe gerade, unsere Lager laufen voll. Von 600 sehr, 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 sehr viel Schrott haben wir eingesammelt und sehr viel Müll vor allen Dingen. Und was ist das? Storm inbound. Ein Sturm zieht auf. Okay, Leute, das ist das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier auf uns zukommt. Lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, das könnte richtig lustig werden. Ja, er kündigt sich auf jeden Fall schon mal an und... Oh Gott. Oh nein, es brennt. Das ist nicht gut. Wenn etwas brennt, das ist nicht gut. Das können wir... Ja, das ist zwar schön. Unsere Stadt hat 25 Einwohner erreicht. Aber wenn sie brennt, das ist nicht gut. Wie kriegen wir das? Dazu müssen wir jetzt eigentlich ein Gebäude bauen. Ein Gebäude, das ich nicht zur Verfügung habe. Und zwar hier den Wasserwerfer. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ein freier Bewohner wird automatisch versuchen, das Wasser zu löschen. Ah, das ist ja nett. Das ist ja schon mal was. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier so Probleme damit habe. Aber hier oben, das wurde tatsächlich gelöscht. Perfekt. Das hat geklappt. Wenn das jetzt hier unten auch noch klappen würde, das wäre super. Wir sehen hier, glaube ich, einen Timer. Natürlich, wenn der zu Ende ist, dann ist das Gebäude als solches zerstört. Huh. Kurze Panik hier aufgekommen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff. Aber was ich jetzt nicht mehr im Griff habe, ist natürlich, wo ich stehen geblieben bin. Achso, ja, genau. Wir wollten jetzt mal hier unsere Ressourcen so ein bisschen verringern, weil wir haben hier 600 fast voll gehabt. Das ist natürlich nicht gut. Aber es gibt hier irgendwo ein Lager. Genau. Ein Gebäude zur Zwischenlagerung von Ressourcen, bevor sie verwendet werden. Zentral platzieren, um die Effizienz zu erhöhen. Ja, müssen wir schauen, ob wir das da dann einfach hinbauen können. Wir müssen ja immer ein bisschen gucken auf die Effizienz der anderen Gebäude, dass das nicht nach unten geht. Natürlich sollte man jetzt vielleicht nicht versessen darauf sein, immer die 100% zu halten. Aber ja, ihr kennt mich. Natürlich ist das jetzt schon ein doch lohnenswertes Ziel für mich, das zu versuchen. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Adler oder so einen Helikopter aus Resident Evil hier mit diesen Propeller, in dem man nach unten oder nach vorne richten kann. Schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Was wir als nächstes brauchen... Ne, eigentlich brauchen wir jetzt im Moment noch nichts. Wir hätten jetzt alles da. Ah, wie könnt denn? Du tust jetzt hier quasi den Müll verarbeiten. Zu 80% kommt Plastik raus, 10% Schrott oder 10% Holz. Da bist du wirklich beschäftigt erstmal damit. Dann machen wir doch jetzt hier einfach mal folgendes. Ah, hoffentlich klappt das jetzt, was ich vorhabe. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich klappt das eher nicht, was ich vorhabe. Aber wir probieren es jetzt hier einfach mal. Oh, nicht genügend Ressourcen, wir haben kein Holz. Entschuldigung, da machen wir natürlich weiter. Ich war jetzt tatsächlich ein bisschen... Das hat mich ein bisschen aus Konzept gebracht, der Sturm. Das finde ich auch ein bisschen schade tatsächlich. Also das würde ich mir doch wünschen für die Zukunft des Spiels, dass wir in der Lage auch sind, die Stadt als solches zu drehen. Weil das ist hier eigentlich schon eine schöne Form. Und ein bisschen ärgerlich, dass wir sie jetzt natürlich nicht drehen können. Okay. Da drüben, ein Handelsposten. Das kennt ihr jetzt auch noch nicht. Das schauen wir uns jetzt hier vielleicht mal an mit dem Handelsposten. Da können wir einfach so ein paar Waren handeln. Wir sehen hier übrigens, die Zufriedenheit ist wieder ein bisschen nach oben gegangen auf 84%. Das ist sehr gut. Hier, wie gesagt, können wir einfach ein bisschen handeln. Und ansonsten können wir das auch gerne mit anderen Steht machen. Aber handeln, das lassen wir jetzt hier erstmal außen vor. Hier ist Treibholz. Das hätte ich gerne aufgesammelt. Das andere ist natürlich auch, wir können das Boot oder die Stadt als solches nicht drehen. Irgendwann werden wir zu groß und da kann es durchaus Probleme geben, vorwärts zu kommen. Also kann irgendwann mal sein, dass links und rechts ein Schiff ist, ein zerstörtes Schiff und dass wir da einfach nicht durchfahren können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Klar, dann drehen wir einfach ein bisschen um und versuchen es aufs Neue von der anderen Richtung. Aber es ist halt trotzdem nicht so ganz das Wahre. Und ich sehe gerade, es wäre nicht so schlecht, wenn wir vielleicht mal wieder den ein oder anderen Einwohner hätten. Wir haben hier doch einige Trägerjobs, die derzeit nicht vergeben sind. Also hier bloß mit Überlebenden nehmen wir einfach mal auf. Vier weitere Überlebende, sehr schön. Die nehme ich gerne auf. Ihr könnt hier gleich mal ein bisschen was tun. Wir sollten auf jeden Fall ein Lager bauen, dass wir echt nicht so verkehrt waren. Und das ist nächstes braun. Richtig hier und hier jeweils so ein Lager. Stopp. Ah, so jetzt. Womit ich mich auch noch so ein bisschen schwer tue, ist halt einfach die Navigation der Stadt, weil egal wo wir hinklicken, immer das Stadtzentrum fährt dahin. Müssen wir einfach mal schauen, dass wir das richtig aus- tarieren, balancieren, dass die Stadt dann auch wirklich so steht, wie wir es brauchen können. Okay, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt hier Fischer, Plünderer, Sammler, Recycler. Die Schmelzhütte wäre auch noch interessant. Damit können wir dann was in Schrott und Holz, Metall machen. Und natürlich der Tiefseetaucher. Ich glaube, den machen wir jetzt hier auch als nächstes, den Tiefseetaucher, damit wir ein paar Bärden herstellen. Und dann können wir uns auch um das Gewächshaus kümmern. So, wie machen wir das jetzt hier? Sinnvollerweise, warte mal, warte mal. Ein Handelsschiff wurde am Horizont gesichtet. Ein Handelsschiff möchte andocken und mit einer Stadt handeln. Habt ihr das auch gesehen? Das sah ja mal mega modern aus. Die Wallertorius haben sich entschieden, den Handel abzubrechen, weil sie zu lange warten mussten. Hallo, ich konnte ja nicht mal entscheiden. Also ich bin hier auf so einer lächerlichen Holzpalettenstadt unterwegs. Und die fahren da so richtig krass geilen Metall in einem Handelsschiff durch die Gegend. Das ist ja mal unfair. Okay, aber ich will mich ja nicht beschweren. So, jetzt so. Wir wollen uns jetzt mal um die Bierproduktion kümmern, dass wir da auch mal so ein bisschen hinkommen. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal wieder ein paar Paletten hin oder Plattformen. Dann kommen hier die Tiefseetaucher hin. Mal schauen wir mal, können wir vielleicht so ein bisschen mit so einem kleinen Abstand das hinbauen, ohne, dass es die Effizienz beeinflusst. Das wäre sehr toll. Also muss man echt schauen. Wie gesagt, da hat jeder eine andere Philosophie. Ich habe halt gerne immer 100%, weil 100% sind besser als 90% oder 80%. So, und das Ganze heute schon wieder weg. Verdammt. Ja, so ein Lager wäre wirklich nicht schlecht. Okay, und wir sehen jetzt auch, ne? Die Stadt wird immer größer. Stadt Gesamtmasse 15,8. Wir brauchen schon 12 Leute, um das Ding hier überhaupt vorwärts zu kriegen. Das kostet auch nochmal massiv Zeit natürlich, weil jetzt haben wir hier 26 Triggerjobs. 10 Leute, die das nur ausfüllen können. Also uns fehlen ganze 16 Leute. Theoretisch natürlich, nur wenn wir das so wollen. Hier, da sind sie alle am Rudern, statt dass sie das Ding hier bauen. So, nochmal Plastik anspülen. Also, ja, uns fehlen wirklich hier die Leute da, was Sinnvolles noch zu machen. Wird Zeit, dass wir mehr Kinder kriegen oder, ja, neue Inseln mit Überlebenden. Da hatten wir ja da hinten. Oder, ja, da ist zum Beispiel eins. Das war zum Beispiel gerade nicht da. Wir sind ja genau von da gekommen. Und plötzlich ist es da. Aber gut, wir sind auf dem Ozean. Da ist alles möglich. Wie gesagt, wir haben da keine Orientierung. Ich weiß ja selber nicht mal mehr, von wo ich jetzt hier überhaupt gekommen bin. So, einmal stehen bleiben, bitte. Ach so, ich dachte, da gibt es Holz. Na, dann fahren wir weiter. Weil Schrott. Ah ja, mir fehlen die Leute, um das Ding hier einfach vorwärts zu kriegen. Das tut weh. Das tut echt weh, wenn du deine Stadt nicht mehr vorwärts kriegst. Aber gut, zur Not muss ich halt einfach mal ein paar, ja, vielleicht auch Plattformen wieder abreißen. Dann müssen wir vielleicht auch echt nochmal schauen. Das wäre auch eine Option. Plattformen abreißen. Da haben wir nochmal neue Überlebende. Die werden wir uns jetzt hier auch gleich mal angeln. Und wir sollten immer wieder einen Blick auf die Nahrung haben. Wir haben also Fisch und die eigenen. Nicht, dass wir irgendwann davor stehen zu verhungern. Ja, wir brauchen viele Leute auf jeden Fall. Das wird noch ziemlich spaßig werden. Diese zwölf Ruderer schaffen es nicht mehr so, das Ding hier nach vorne zu bringen. Holz wäre auch ganz, ganz toll, wenn wir das mal kriegen würden. Das hat das Problem, ne? Die Fischer. Also später mal müssen wir wirklich umstellen dann auf Brote. Brote sind deutlich effizienter. Natürlich, ja, Ressourcen werden nicht abgeholt, du brauchst mehr erarbeitet. Das ist mir schon klar. Aber zwölf sind am Arbeiten, zwölf sind am Rudern. Das ist einfach so nicht machbar. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hier keine weiteren Krankheiten einholen. Ich werde die Stadt jetzt mal als solches nicht weiter vergrößern. Sonst komme ich gar nicht mehr vorwärts. Das ist ja wirklich sehr, sehr gefährlich. Also es ist knifflig, muss ich sagen. So, hallo. Gebt mir mal eure Ressourcen. Vier Schrott. Okay, ist jetzt auch nicht so viel. Und dann nehmen wir euch natürlich auf vier weitere Überlebende. Und ihr könnt jetzt gerne einfach mal so ein paar Ressourcen hier hin und her transportieren. Vielleicht tut uns das ja auch mal wieder ganz gut. Ja gut, die andere Sache ist natürlich auch wieder, brauche ich denn unbedingt vier Plünderer, brauche ich zwei Sammler und so weiter. Da kann man natürlich jetzt die verschiedensten Ideen oder Planungen natürlich hier ausarbeiten. Aber im Moment sehen wir einfach, dass wir wirklich viel zu wenige Leute haben. Nikolaus hat einen Kufferfisch falsch zubereitet und ist gestorben. Oh nein, echt? Oh krass, das ist so gemein. Okay, aber zur gleichen Zeit Gott sei Dank wieder einer geboren worden. Immerhin. So, wo sind die nächsten Überlebenden? Ich mache jetzt hier, glaube ich, Jagd auf Überlebende. Und da müssen wir echt ein Lager aufbauen. Wir haben viel zu viel Schrott dabei. Das ist natürlich ein Problem. Die Frage ist, hat die Anzahl der Ressourcen auch Einfluss auf die Stadt Gesamtmasse? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Kann ich das Lager bauen? Nein, 40 Holz und 40 Metall. Nein, das ist immer weit entfernt, dass ich das Ding mal bauen kann. Dann rudern wir mal ein bisschen. Das ist jetzt echt die Frage, was machen wir? Ich glaube... Ja, der Plünderer sollte schon noch arbeiten, aber ich glaube hier die Sammler, die brauchen jetzt erstmal nicht arbeiten. Die können hier erstmal pausieren. Hier haben wir jetzt ganz viel Holz. Perfekt. Noch mehr Holz, 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 Holz. Jetzt haben wir ganz, ganz viel Holz, aber eigentlich brauche ich Metall. Das heißt, wir müssten mal eben rasch die Schmelzhütte bauen. Ja, die würde ich sogar jetzt hinkriegen. Das ist das andere, ne? Brauche ich unbedingt zwei Recycler? Ich glaube nicht, oder? Einer würde es doch auch tun. Oh, Jade hat falsch zubereiteten Pufferfisch gegessen. Leute, wir brauchen einen neuen Koch. Der jetzige, der macht mir die Leute kaputt. Warte mal, stopp. So. Ich werde jetzt hier noch rasch mal die neue Plattform hinbauen. Dann noch die Schmelzhütte. Und wir sehen uns dann einfach wieder in der nächsten Folge von Bojenzi. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Wenn euch die Folge gefallen hat und auch die vorherige Folge, lasst mir doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.